ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von subnautica ich habe es bis nach hause geschafft problemlos gab keine probleme zwischendurch sonst hätte ich euch gezeigt und wir müssen jetzt mal gucken ich weiß nicht ob wir das schon mal gebaut haben ich glaube schon ich glaube ich habe es gebaut und nicht gewusst wie es funktioniert und habe dann festgestellt dass es falsch war kann auch sein dass ich es schon wieder abgerissen habe ich weiß es nicht gucken einfach mal hier rein und wenn es hier nicht ist dann habe ich es nicht ja gut dann brauchen wir nämlich das ding ins kiechens packen wir meinetwegen hier hin direkt mal ein paar mehr ich glaube ich habe insgesamt sechs stück sechs stück ja ja dann kommst du mal weg wir packen die nämlich hier alle zusammen hin drei theoretisch so machen aber ich glaube so ist besser dafür brauchen wir erweiterter kabelsatz rubine und titan okay ich weiß nicht ob wir genug rubine haben aber zwei müssten wir mindestens dabei haben so erweiterter kabelsatz erweiterter kabelsatz computerchip ach du heilige okay wir brauchen drei computerchips ja dann wollen wir mal loslegen packen wir das erst mal ganze zeug hier rein ach gott okay wir brauchen dafür unmengen an kupfer das war es mit unserem kupfer hier ich glaube nicht dass wir das alles zusammen kriegen also wir brauchen mindestens zeug für für einen erweiterten kabelsatz für kabelsatz brauchen wir zweimal silbererz habe ich überhaupt zählen wir erst noch hier okay da können wir eigentlich direkt drei bauen ne so ok dann computerchips Kupfer ohne ende für dich brauche ich zweimal kupfer das heißt ich brauche sechs mal kupfer das heißt ich brauche sechs mal kupfer so erst kann ich hier wieder rein ok jetzt brauchen wir gold und die tischkorallenprobe die ich die wir eigentlich mitnehmen wollten ja wir haben ja nicht genug zum mitnehmen so ist es nicht wenn es hier erfahrungspunkte geben würde oh junge wir wären jetzt reich an erfahrung so so habe ich noch gold zum glück habe ich zu hause also zu hause ist schon bei unserer bärte haben wir genug gold so 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 okay was haben wir noch dafür gebraucht weiß es ehrlich gesagt nicht mehr gehen wir mal kurz runter gehen wir mal kurz runter wenn wir jetzt nochmal einen computerchip brauchen dafür das haben wir sie auch nicht ich habe jetzt nicht drauf geachtet schiesel aber ich hätte es von auch von hier aus gucken können ach rubin und titan okay da hinten ist noch alles in ordnung ich hoffe es doch schieße geht das so ja den zerfleischen wir einfach so ja mrs kackbratze ist in ordnung ich mag dich auch die truller das ist ja immer noch aktiv höchst wahrscheinlich produziert der hier einfach genug energie sodass der bioreaktor nichts machen muss schätze ich mal na gut wir brauchen rubine okay ja da geht es schon zu ende mit unseren rubinen ja kacke egal nehmen wir halt nochmal vier titanen mit und dann müssen wir halt mit zwei dingen erstmal auskommen den rest nehmen wir mit weil den können wir da sicherlich auch gebrauchen so ich hoffe du lädst schnell mal einigermaßen ja dann werden wir eine kleine expedition machen und wenn wir wieder kommen sind sie halt aufgefüllt nützt alles nichts so verwirrt durch die gegend laufen kann ich schon mal gut was habe ich gerade gemacht ich weiß es ehrlich gesagt nicht den rest packen wir dann hier rein und dann gehen wir auf expeditione ach der klubschi ja viel spaß da drin und dann ziehen wir halt los und gucken dass wir irgendwie noch was finden was wir gebrauchen können dann schauen wir mal dann schauen wir mal so ich würde ja ein bisschen laut spielen äh ich würde nämlich sehr gerne äh den bereich da unten nochmal kontrollieren kontrollieren was zum aber gibt es um die das und kräfte dann wollen wir eben Das ist das letzte Mal Das ist das allerletzte Mal Dass du hier irgendeine Scheiße gebaut hast Freundchen Es reicht mir mit dir Es reicht Irgendwann ist Filito Jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch, mein Freund Jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch Ich war noch freundlich zu dir Du warst so eine Art Haustier für mich Aber das Das geht jetzt zu weit Das ist entschieden zu viel Das kann ich nicht durchgehen lassen Eine schönen Module Achso Okay, nach Hause Wenn ich wenigstens die Module zurückbekommen hätte Scheiße Dreckiger Abschaum Dann ist wieder der Erste Du bist wieder meine Nummer Eins Herzlichen Glückwunsch Willkommen ab, Captain Alle Systeme online Willkommen ab, Captain Willkommen ab, Captain Poliantilin Lecomio Wir müssen das Tiefenmodul 1 wieder bauen Hass Hass Abgrundtiefer Hass Es geht doch nicht Das kann er nicht bringen Ich muss dem doch irgendwie Schaden können Schaden können, oder? Vielleicht kann ich ein Messer verjagen Jetzt komme ich Jetzt komme ich Ich mach dich kaputt, Junge Ey Ich mach dich jetzt so was von kaputt Ist mir egal Ist mir egal wie oft ich sterbe Ab jetzt kommt ein Cut Ich mach dich kaputt Ist der jetzt tot? Ich glaube ich höre ihn noch schreien Aber Ich glaube er ist verschwunden Wir haben jetzt mit den Dingern hier vollgespickt Aber ich glaube er ist weg Ich glaube das war ihm eine Lektion Sehr schön Mehr wollte ich nicht Ruhe und Frieden Mehr wollte ich doch nicht Hat anscheinend funktioniert Okay, wie sieht es hier aus? Ah, voll geladen Sehr schön Wollen wir jetzt nochmal die anderen Und laden die auch noch voll Dann versuchen wir halt mit dem Bötchen irgendwie Irgendwo noch hinzukommen Wo wir mehr Ressourcen kriegen So, wo habe ich die Batterien jetzt reingetan? Auch übrigens Zyklopen Tiefenmodul 2 hatten wir Und Zyklopen-Maschinen-Effizienz hatten wir Na gut, haben wir noch irgendwas gehabt für den Zyklopen? Nö Na gut Soviel dazu Dann laden wir jetzt noch die anderen beiden voll Und ich hoffe Hans-Tita kommt nicht wieder Hans-Tita sag ich schon Kackpratze Ich habe gerade Hans-Tita gesehen Und habe an Hans-Tita gedacht Na gut, dann warten wir jetzt Bis es voll ist Und dann können wir endlich mal die Batterien austauschen, dieweil, ne? So Dich hatte ich schon ausgetauscht Sehr schön Was brauchen wir noch häufig? Fotos Achso Da habe ich die Batterie noch nicht reingetan Laserschneider brauche ich nicht Wie laufe ich gar nicht dabei? Ach den Rest habe ich abgelegt Stimmt Dann holen wir den Kram doch mal Äh Hier Oder da Nee Hier Das kommt auf jeden Fall mit Das, das und das Komm doch mit Was ist denn los mit dir? Komm mit So Hier hatten wir ja auch noch irgendwo was geparkt, ne? Ähm Irgendwo Feuerlöscher können wir auf jeden Fall mitnehmen Da Der erweiterte Kabelsatz Okay Ne gut Ich hoffe er ist für immer weg Oh ich bete drum Da würde ich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit von diesen Luftviechern aufs Maul kriegen So stelle ich es mir jedenfalls vor 26% schon Ne gut Äh Hier nochmal die Batterie austauschen Hier noch Hier muss ich noch rein, ne? 100% Gut aber dem Ja gut Warten wir bis da auch noch alles voll ist Es dauert zum Glück nicht lange Warte ich kurz So Batterie ist aufgefüllt Dann holen wir uns jetzt nochmal das was wir brauchen Für den Zyklopen Und dann freuen wir uns den Keks So Wir müssen mitnehmen Ähm Die Tischkorallenproben Nehmen wir noch die Säurekapsel mit Und ein paar davon So So Dann kann das Titan hier rein Und dann Nehmen wir noch ein paar davon mit So dann dürften wir eigentlich alles am Start haben Haben wir hier noch etwas wichtiges Was mitgenommen werden muss Wir haben zwei Diamanten War ich den Diamanten abgegeben? Ich weiß es gar nicht Nehmen wir vorsichtshalber mit Weiß nicht ob wir so schnell wieder einen finden Ich denke der Bohrerarm reicht aus Das ist kein Problem Nickel Erz Keine Ahnung Na gut Gucken wir mal wie die Batterie aussieht Gut Ich warte jetzt noch die letzten 10% ab Und dann werde ich zurück Zu Bertha schwimmen Und dann sehen wir uns da wieder Das ist doch ein guter Deal Ne? Finde ich auch So Da wären wir also wieder Er ist ja kein Problem Ich brauche keinen Sauerstoff Oh Gott Langsam schon Okay Okay Müssen wir uns langsam mal um die Energiequelle kümmern Ey Energie wird so schnell verbraucht Uncool Polyantylin Zweimal Na gut Dann suchen wir mal direkt das Polyantylin So kann ich hier nicht direkt Lichter machen Wir müssen diese Höhle finden glaube ich Wir brauchen einen gewissen Pilztypen Ich glaube hier werden wir nicht fündig So ein Pilz der ganz stark leuchtet Kann sein dass ich ihn schon mal gefunden habe Oder gesehen habe Dann gehen wir hoch Ich töte Fische Sollte woanders hochgehen ey Und gucken ob bei mir noch alles in Ordnung ist Und alles duftel zu sein Aber ich muss noch was essen Achja mein Inventar ist ja voll Vital Signs stabilisieren Okay packen wir mal das Tiefenmodul 2 rein 1300 Und Maschineneffizienz Okay Nice Das heißt wir verbrauchen ja jetzt weniger Strom ne Hoffe ich doch Dann Möchte ich gerne die Tischkorallen proben und so loswerden So Ja Alles weg damit Alles weg Tiefenmodul 1 Ja Das tun wir auch mal dahin Können wir sichern Für den Fall der Fälle Und ich habe natürlich zwei Feuerlöscher mitgenommen Ganz wichtig So Okay den Diamanten hatte ich anscheinend dabei Okay Was habe ich dafür nochmal gebraucht Computerchip Na gut Dann können wir erstmal weiterschwimmen Wir haben Auf jeden Fall etwas wichtiges zu tun Wir haben eine wichtige Mission Äh Okay Dich kenne ich gar nicht Was haben wir denn da Ich häng fest Wir steigen mal aus Oh Gott wir sind ziemlich schief oder Alles gut Waren wir hier schon mal drin Ich glaube nicht Obwohl das ist glaube ich geöffnet Ah das ist geöffnet Gut dann kenne ich das Dann war ich hier schon mal Aber wir Ah okay Der Kollege kommt mir bekannt vor Und das kann ich aber kurz Kennen Dann können wir eigentlich wieder reingehen So folgender Plan Wir fahren bis nach Hause Und überall Übers nach Hause Zu weit Was Was rede ich da Hinaus In diese Grube Die wir schon kennen Und da werden wir sterben Willkommen nach Hause Captain Alle Systeme online Jetzt ganz gut ist Ansonsten machen wir zu Hause Boxen Stop Und laden die Batterien auf Ja und dann schauen wir einfach mal Was es da unten alles so schönes gibt Weil da haben wir uns ja Nicht wirklich gut umgesehen Gerade auch weil Da halt wirklich schreckliche Gegner rum Gelaufen sind Wir können alles mögliche verlieren Wenn wir da sind Sollte es der Fall sein Dass wir unseren Zyklopen verlieren Werde ich ihn höchstwahrscheinlich Nicht neu bauen Dann werden wir Ähm Den Herbert Aufrüsten Bis zum geht nicht mehr Und werden mit ihm einfach runtersteigen Ich glaub Besser geht's nicht Mit Herbert Der ist schön tanky Der kann was ab Wäre ein bisschen blöd Wenn ich raus teleportiert werde Und er runter sinkt Aber egal Ich denke schon Dass das Heilmittel Dahinten wichtig ist Also Dass es da ist Weil da haben wir auch die Info und alles bekommen Also ich denke mal Es wird sich alles um dieses Höhen-System da unten Drehen Und wir haben ja auch Ähm Ein riesen Loch da gesehen Und da kommen wir halt mit dem hin Das Problem ist Äh Mit Herbert kommen wir da auch noch nicht hin Ja wir gucken was Machbar ist So Kleiner Boxenstopp Wenn so irgendwas gefährliches Keine Ahnung Wahrscheinlich so ein Minifisch Der mich immer angreift Ähm Machen wir das Licht an und das aus Wieso habe ich schon wieder Hunger? Ach ich hab noch gar nicht viel gegessen Ne Stimmt da war was Also gut Vier müssen Vier Stück müssen wir behalten Das können wir essen Vital Signs stabilisieren So Bis wir wieder Hunger haben Ist alles nachgewachsen Okay Was sagen die Batterien? So irgendeine ist schon ziemlich leer 100 100 187 Das macht wahrscheinlich die Maschineneffizienz Oder? 100 98 Ja Der Gewinn kommt damit auf jeden Fall noch klar Okay Ja dann Würde ich sagen Ziehen wir los Wir werden auf jeden Fall ganz langsam fahren Wenn wir da unten sind So viel wird klar sein Aber auf jeden Fall geht es jetzt richtig ab zur Sache Ich will da runter Ich brauche die Maschineneffizienz 3 Ich weiß gar nicht was wir dafür brauchen Aber ich kann es auch jetzt schlecht nachgucken Weil wir das Zeug dafür doch nicht gebaut haben Eventuell können wir das schon bauen Vielleicht sollten wir das erstmal gucken So was brauchen wir denn Computerchip Ich glaube das war einfach ne Tischkoralle Gold und Kupferdraht Kupferdraht habe ich noch oder? Habe ich kein Kupfer mehr Das wäre es jetzt Nicht viel Ich habe ja nicht gedacht wir haben Kupfer und Ende gesammelt Ah das Kupferdraht Okay So Kupferdraht Gold und Tischkorallenprobe Okay Computerchip Check Sehr schön Dann Titan Diamant Blei Okay Titan haben wir da Bestart Diamant So Tiefenmodul 3 Kyanid Okay Wissen wir Bescheid Aber Freunde Ich würde sagen Das war es für heute Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Und dann geht es weiter Und ich hoffe da unten werden wir ziemlich viel Kyanid finden Wir werden auf jeden Fall versuchen da unten ein Labor aufzubauen Dass wir da halt suchen können Ich denke das ist ein guter Plan Haut rein Euer Zero Tschüss